Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir heute den Hohen Pfingsttag begehen, so müssen wir uns fragen, was wir denn da eigentlich feiern. Vielleicht kommen uns spontan ganz richtige Antworten. Es ist, wie die liturgischen Texte sagen, die Vollendung von Ostern. Es ist die Herabkunft des Heiligen Geistes. Es ist das Geburtsfest der Kirche. All das ist richtig. Aber was heißt das eigentlich? Manchmal sind wir auch nicht besser als die, die gar keine Antwort mehr wissen, was dem Pfingsten eigentlich ist. Denn wir können uns in der Richtigkeit der Antworten erschöpfen, ohne etwas zu sagen, ohne den Inhalt zu haben. Lassen Sie uns also ein wenig hinschauen, was denn dieses Fest ist. Dieses Fest spricht von einer Grundspannung des Christentums, die niemals aufgehoben werden kann, in der jeder Christ, jede Christin, jeder Getaufte steht. Eine Spannung, die immer in der Gefahr steht, sich nach der einen Seite zu wenden oder nach der anderen. Aber wenn wir von Christentum reden, muss diese Spannung gewahrt sein. Es ist eine Antinomie, wenn man so will. Es ist ein Gegensatz. Es sind wie zwei gegensätzliche Pole. Was sind diese Pole? Der Einzelne, die Einzelne, jeder, jede für sich. Und der andere Pole ist die Gemeinschaft. Der Einzelne. Wenn wir in Zeiten, und das lässt sich gar nicht leugnen, zumindest in unseren westlichen Gesellschaften, in Zeiten der Individualisierung leben, wo jeder und jede sich alles zurecht machen kann, nach seinen eigenen Ansprüchen, nach seinen eigenen Entwürfen lebt, bis dahin, dass man sich das Wunschkind genetisch zusammenbasteln kann. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber wir sind ja nicht weit weg davon. Oder, dass junge Paare sich überlegen können, ach komm, lass uns kein Kind haben. Ist ja alles machbar. Lieber ein Hund. Oder Kaninchen. Oder eine Schlangensammlung. Ist auch ganz interessant. Wir lächeln darüber, aber wir sind umgeben doch. Wir leben mitten in einer solchen Gesellschaft, die vielleicht an diesen extremen Beispielen, wird es deutlich. Für uns sind sie extrem vielleicht. Wo jeder und jede sich so sein Leben zusammenstellt. In einem extrem individualisierten Entwurf. Wir leben nach unseren Anliegen, Wünschen, Bedürfnissen. Und die Kirche folgt vielfach dieser Spur. Wenn die Synode beschlossen hat, und wir sehen mal, wie das dann umgesetzt wird, als einen der Leitsätze vom Einzelnen her denken, dann schlägt sich genau das darin wider, was wir in unserer Gesellschaft haben. Dabei ist auch recht verstanden etwas Richtiges daran. Und das können wir dann gleich noch sehen. Gleichzeitig beschweren wir uns permanent, und das nicht nur innerhalb der Kirche, über eine Ellbogenmentalität in unserer Gesellschaft, über Segmentierung unserer Gesellschaft, darüber, dass sie auseinanderfällt, dass es nichts Verbindendes mehr gibt, keine gemeinsamen Werte mehr gibt. Beides geht in einem Atemzug. Ohne, dass der eigene Lebensentwurf, das eigene Lebensdesign, ganz auf die Einzelne und den Einzelnen abgestimmt, infrage gestellt würde. Vielleicht hängt das zusammen. Egoismus aller Orden. Übrigens auch in der Kirche. Und dann gibt es da die andere Seite. Den anderen Pol. Die Gemeinschaft. Das Gemeinwohl, wie wir auf der staatlichen Ebene sagen. Wo sich alle irgendwie einordnen müssen. Wo es Anpassungen geben muss. Wo jeder und jede etwas von seinem eigenen lassen muss. Und das wird zunehmend, vielleicht erleben Sie das auch. Vielleicht, wenn Sie wie ich in einem Mietshaus wohnen, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es unterschiedliche Parteien. Da sind zum Beispiel Zeiten der Ruhe vorgesehen. Aber das interessiert nicht unbedingt jemanden. Ja, aber heute haben wir Zeit. Und dann wird das gemacht. Man muss die Nachbarn nicht unbedingt informieren, dass den ganzen Tag die Bohrmaschine läuft. Vom Rasenmäher sprechen wir jetzt mal nicht. Das ist im Saarland ihr eigenes Phänomen. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Der läuft bei schönem Wetter immer. Das ist ausgenommen. Aber eine Rücksichtnahme, liebe Schwestern und Brüder, die sich auf das Gemeinhin, das Zusammenleben auswirkt, finden wir im kleinen Bereich wie im großen Bereich immer weniger. Und dann geschieht es wie gestern. Da schnappt sich einer eine Knarre und schießt die eigenen Leute aus der Familie um. Das ist eine extreme Folge dessen. Warum erzähle ich das? Warum, wenn Sie fragen, das sind zwar vielleicht richtige Beobachtungen, so irgendwie haben wir das auch schon festgestellt, aber was hat das mit Pfingsten zu tun? Sehr viel. Denn Pfingsten, die Gabe des Geistes, ist genau dieses Fest und die Gabe, die beides verbindet. Unsere Texte sind voll davon, wenn wir nur recht hin hören. Ja, es stimmt. Wir haben das eben in der Apostelgeschichte gehört, wie das mit den Einzelnen ist. Dass die Gabe des Heiligen Geistes wie in Zungen von Feuer sich auf einen jeden von ihnen niederlässt. Auf den Einzelnen. Aber es stimmt auch, dass Lukas vorher schreibt, alle waren an einem Ort. Und dann hören wir die unterschiedlichen Sprachen, diese einzelnen Sprachfamilien, die sich da in Jerusalem versammelt haben. Aber alle hören sie in unterschiedlichen Sprachen, das eine, die eine Botschaft, die großen Taten Gottes. Da werden nicht neue Taten Gottes erfunden, für die Araber und für die Kreter, weil die das dann vielleicht besser verstehen. Sondern es ist immer die eine Botschaft. Und Paulus sagt es uns noch deutlicher. Wir sind durch die Taufe in einen Leib aufgenommen. Und wir bleiben doch Einzelne. Die Gaben des Geistes, liebe Schwestern und Brüder, die gegeben sind. Die jede und jede Einzelne für sich entdecken muss, was ihm und ihr geschenkt ist. Von daher ist es richtig, davon zu sprechen, Charismen entdecken und entwickeln und vom Einzelnen her denken. Aber dabei darf es auf keinen Fall stehen bleiben. Denn dann sprechen wir nicht mehr von Christentum. Es gibt, wenn ich das in Klammern sagen soll, Untersuchungen, die sagen, dass wir uns hier in unserem Kulturkreis schon am Beginn der Missionierung der germanischen Stämme mit diesen Gedanken schwergetan haben. Dass es nicht nur um den Einzelnen geht. Wie das noch hier am Kreuz der Volksmission über dem Portal steht. Das alte Schlagwort. Rette deine Seele. Das hat die alten Germanen fasziniert. Die sagten, boah, das war für die eine Entdeckung. Es geht um mich. Es geht um mich und um meinen Gott. Es geht um meine Erlösung. Es geht um meine Schuld. Es geht um mein Seelenheil. Es geht darum, dass ich in den Himmel komme. Das war immer schon sehr wichtig. Und darauf hat sich dann vielfach auch die ganze Pastoral ausgerichtet. Deshalb, in dieser Vereinseitigung trifft sich das sehr mit dem Satz der Synode vom Einzelnen her denken. Das klingt zwar modern, ist aber eigentlich uralt. Ist nur ein bisschen angepinselt. Aber das ist nicht Christentum. Christentum ist, die Gaben des Geistes zu entdecken und sie einzubringen. Wenn Paulus uns zuruft, dass die Früchte des Geistes Liebe, Langmut, Geduld, Treue sind, sind, wie soll man das für sich selber verwirklichen? Dazu braucht es immer Gemeinschaft. Wenn es diese Gemeinschaft nicht gibt, kann sich das nicht erproben und verwirklichen. Paulus sagt es uns in der Lesung. Wir haben die Gaben nicht für uns, sondern wir haben sie, damit wir sie einbringen. Damit der ganze Leib zusammenwächst. Ein großer geistlicher Lehrer aus der Wüste, Makarios der Ägypter, sagt, wenn der Heilige Geist in dein Herz einzieht, dann bildet er in allen Herzen der unterschiedlichen Individuen einen einzigen Gedanken, nämlich den des neuen Adam, des Christus. Wenn wir heute so vorschnell sind, manchmal geradezu vorlaut, man mag dann erschrecken, wenn man eine solche Aussage eines alten Kirchenvaters liest. Wenn da einer mit einer neuen Idee kommt oder einen neuen Stil einführt. Und das ist ganz egal, ob das der Papst ist oder ob das irgendein Dorfpastor ist oder ob das jemand aus der Gemeinde ist. Da ist es ganz egal, boah, das ist neu, da ist der Heilige Geist am Werk. Vorsicht! Nicht jede neue Idee ist schon eine Gabe und ein Wink des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt in den Herzen, wenn er in die Herzen einzieht, einen einzigen Gedanken in allen. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Spaltung, ein Geist der Segmentierung, sodass die einen so sagen und die anderen so. Der Heilige Geist führt zur Einheit. Wir können das sehr schön an den Bebilderungen von Pfingsten, wenn man so will, ablesen. Ich habe jetzt leider heute Morgen keine Zeit mehr gehabt, Ihnen eines zu drucken oder zwei zu drucken, damit Sie das gegenüberstellen können. Aber was uns sehr vertraut ist, ist die einzelne Taube mit einer Flamme oder mehreren Flammen. Da sind wir wieder bei den Einzelnen. Aber was ist mit der Gemeinschaft? Hingegen die Ikone der Ostkirche zeigt für uns etwas eher Fremdes, wobei wir nachdenken müssen, ist das Pfingsten? Okay, wir sehen die Apostel im Kreis sitzen um eine Mitte und in der Mitte sehen wir eine merkwürdige Figur, einen König, der so etwas wie ein Tuch ausspann, auf den die Apostel alle hingeordnet sind. Wenn man mit den ostkirchlichen Gebeten vertraut ist, dann weiß man, dass es eine Darstellung des Heiligen Geistes, himmlischer König, du Geist der Wahrheit, komm und erfülle uns, so betet man eigentlich immer, wenn man mit dem Beten beginnt in der Ostkirche. Also es ist der himmlische König, der die Einzelnen zur Gemeinschaft zusammenzieht. Und das, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir, denke ich, auch gerade hier bei uns noch einmal neu lernen. Und wenn Pfingsten dazu ein kräftiger Anstoß sein kann, dann ist das wirklich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die verschiedenen Meetings, die wir veranstalten, auch all die verschiedenen Sonderveranstaltungen und Prayer-Events, die wir da so haben, ob die wirklich zu einer Neuevangelisierung führen. Also dazu, dass das Christentum noch einmal neu entdeckt wird. Ich bin skeptisch, aber vielleicht liege ich falsch. Denn diese Meetings und Festivals führen doch sehr zu einer Vereinzelung. Wo wächst da etwas zusammen? Und zwar ist das anstrengend. Das wissen Sie aus der Ehe, das wissen Sie aus der Familie, das wissen Sie von jeder Form des Zusammenlebens. Zusammenleben, auch unter Christen, ist furchtbar anstrengend. Weil dieser Drang, dass jeder sich selber in den Vordergrund spielt oder seine Idee durchsetzt oder nach seinem Gusto das machen will, der ist stark in uns. Aber genau dazu gibt es die Gaben des Geistes, dass er uns packt, uns verändert, uns verwandelt, uns hineinordnet in das Miteinander, in das Ganze, sodass wir von Gemeinschaft sprechen können. Und das ist das wahre Pfingstwunder, dass wir uns in der Gemeinschaft selber nicht verlieren, sondern erst in der Gemeinschaft, in dieser Verwandlung durch den Geist, zu uns selber kommen, zu uns selber finden, das Beste aus uns herausrufen können, was Gott in seiner Absicht, in seiner Schöpfung in uns hineingelegt hat. Das ist das wirkliche Pfingstwunder. Nicht der Einzelne wird wie in den Massenideologien des letzten Jahrhunderts oder auch heute noch aufgelöst. Er ist nur Masse. Er bleibt Individuum. Von Gott gewollt, so sagen wir als Christen, und von Gott geliebt. Aber zugleich ist er hineingerufen in die große Gemeinschaft, in der er sich nicht verliert, sondern in der er und sie zu sich selber kommt, seine Kräfte erst ganz entfaltet und damit die ganze Gemeinschaft, das Gesamt, die Kirche, den Leib Christi zum Blühen und Wachsen bringt. Vielleicht ist dieses Pfingstfest so, dass uns der Geist Gottes ergreift und wir das in uns nicht nur prüfen, sondern wirklich erfahren und wachsen lassen, wer wir sind, und was wir beitragen dürfen zum Gesamt. Das war's. Vielen Dank.